So, das ist der Überfall. Alles auf dem Boden und Hände in der Kopf. Genau, keine Risse. Also was jetzt? Hinlegen! Entschuldigung. Schau doch mal weiter! Her, her mit dem Geld. Hey du, Geld her. Putt auf. Ihre Kollegin hat gesagt, hinlegen. Walscht, das ganze Geld in die Taschen da. Hau flott! Bist du schwer, Herr Ritter, oder was? Moment, klar. So, jetzt geht's. Hinlegen! Herr Hörst, bis bald! Er schlacht, ich schlacht! Du grau, ich die Wegbezappeler! Schieß mal!